Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Eigentlich müsste es zu einem neuen Video heißen, glaube ich. Ich habe den Weihnachtsfrieden genutzt und habe kein neues Video gedreht und oder hochgeladen. Das hat aber hier und heute jetzt sein Ende. Wie man sieht, ist das zweite PowerCon Exclusive bei mir eingetroffen. Das dritte PowerCon Exclusive und das, was ich ehrlich am meisten haben wollte und auch regulär bei Mattel Creations bekommen habe, Mysteries of Greyskull ist nach einer schriftlichen Nachfrage dort folgendermaßen beantwortet worden, nämlich, dass es frühestens in sechs Wochen versendet wird. Na gut, wir akzeptieren das mal. Auch die anderen Sachen sind eingetroffen und ich habe endlich wieder eine weiße Wand und keinen hässlichen Samsung-Monitor hinter meinen Figuren. Ist das großartig. Ja gut, jetzt einmal zur Box. Wir machen hier quasi wieder ein aus der Box Naming, aber dazu gleich mehr. Ja, wir haben hier stilsicher das Horde-Logo. Eben, hier ist klar, okay, ist ein PowerCon Exclusive, falls man es dann vergessen hat während der Bestellung. Ist ja doch ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Und in diesem Mailer hat man hinten auch die Figuren präsentiert, die dann hier drinnen stecken. Ich glaube, hier ist, man steht hier, sind das wieder unsere lustigen Designer, der Mr. Juarez. Ja, okay, na gut, das brauchen wir uns ja wirklich nicht anschauen. Schauen wir uns vielleicht kurz an, was hier steht. Ich habe es noch nicht gelesen. Also tatsächlich, ich glaube, so ein ähnlicher Text auf Deutsch war damals im Werbeheft. Und ich glaube, das hat mich bei der Horde dann noch mehr in Angst und Schrecken versetzt als Kind. Nach dem Motto, was, da ist jemand, dem wird sogar Skeletor gefährlich. Gut, also hier haben wir Horde, ja, Ruthless Leader of the Evil Horde. Dann haben wir den guten alten Chrysler in unserer Spezialvariante, nämlich ein Hairy Henchman. Und die beiden lustig angemalten Horde Trooper, Evil Fright Guard und Evil Stealth Soldier. Ja, eine lustige, eine lustige, ja, Benennung sozusagen. In Honor and Creditude to Ted Mayer. Ja, den Namen sollte man zuordnen können. Ich kann es gerade nicht, dass er mir untergekommen ist. Aber ich bin sicher, der eine oder andere in den Kommentaren wird mir wieder dann erklären, was ich alles nicht weiß. Und das meine ich gar nicht böse. So, ich habe tatsächlich schon was vorbereitet, unter Anführungszeichen. Versuche ich gerade im Off hier ein bisschen zu tricksen, ohne dass das Equipment umfällt. Weil ich habe es schon aus der Box genommen. Ich habe im Gegensatz zum letzten Video, ich versuche nur gerade das hier nochmal zuzumachen, zum letzten Video, oh, da ist ja mein Kuchen, mein Weihnachtsgeschenk, mein persönliches, mein, ich weiß auch gar nicht, wie ich es nennen soll. Ja, Wahnsinn eigentlich, dieses Drum. Im Gegensatz zum letzten Live-Unboxing quasi, oder zumindest aus der Box nehmen, habe ich mir das schon mal angeschaut. Und ich muss zugeben, ich fand ja damals, man hat ja nur die Figuren gesehen und nachher die Verpackung. Und bei diesen PowerCon Exclusives ist es ja quasi ein Gesamtkunstwerk, was es ausmacht, den Spaß, die Sachen haben zu wollen. Und ich habe es dann ausgepackt, aus dem Mailer genommen, habe mir dann schon gedacht, puh, das ist schon ein wenig over the top. Und ich befürchte, bei dieser Meinung bleibe ich. Ich finde die Verpackung wahnsinnig kreativ und auch schön, super schön gestaltet. Aber es ist schon ein bisschen too much und es geht ein bisschen in die Richtung, wo man sich dann schon fragt, okay, ich sammle als erwachsener Mensch Actionfiguren und habe damit kein Problem. Aber vielleicht ist das die Grenze, wo man dann sein Hobby hinterfragt. Ich meine, das ist alles super gemacht, da gibt es gar nichts. Auch das Design, ich meine, dass man das dann so lustig drehen kann, das sehen wir dann gleich. Schauen wir uns kurz mal die Artworks quasi an. Hier sehen wir die Fright Zone, wie wir sie kennen, aus dem Vintage-Look. Mit dem Baum, der die Figuren fangen kann. Nicht, den konnte man ja drehen, das sind ja auch so drehen. Der konnte dann mit den Ästen Figuren fangen. Hier das Monster auf der rechten Seite. An diesen Horda-Kopf könnte ich mich gar nicht mehr erinnern über dem Gefängnis. Und hier so ein kleiner Süßer wieder. Und die schönen eternianischen Monde. Ich sage jetzt mal eternianisch, weil die Fright Zone, wie das in diesem Look für mich, auf Eternia steht. Aber wenn jemand besser weiß, bitte in die Kommentare. Ja, hier haben wir auch einen kleinen süßen Flatterich und Flattermann. Wenn man es jetzt weiter dreht, wir haben eh schon kurz geschaut. Also, ich versuche hier ein gutes Panorama einzufangen. Und hier die Slime Pit, die ja eigentlich sicherlich rauskommen sollte noch, würde ich sagen. Habe ich ja damals in Italien erstanden. Die Schleimgeschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Erzähle ich dann vielleicht, wenn ich das Schleim... Ja, das Schleimpit, wie wir sagen in Wien, dann in dem Masters Buch nochmal bespreche. Ja, und wer bist du? Auch herzallerliebst. So, jetzt machen wir das Küchlein auf. Jetzt drehen wir mal die Verpackung auf. Genau, das ist einhändiger, ja fast auch schon... So, Moment. Lücken wir hier mal rein. Oh, was sehen wir denn da schon? So, machen wir weiter. Moment. So, das ist ja wirklich zum Drehen. Also, nur wie man es sieht. Man dreht einfach das hier hinein. Und... Alles klar. Und kann dann die Figuren anschauen. Der Mechanismus geht ein bisschen streng, zumindest bei mir. Wahrscheinlich ist wieder alles verbogen unter Karton. Nein, ich habe jetzt keinen offensichtlichen Schaden gefunden. Zumindest nicht vor der Kamera. Das passt so weit. Ja, ich spiegle mich hier wieder ein bisschen. Schauen wir mal an. Ich mache ein bisschen mehr Licht. Ja, Goethes letzte Worte. Mehr Licht. Aber das stimmt ja angeblich auch nicht. So. Ja. Ja, als Gesamtkunstwerk sehr interessant, muss ich schon sagen. Trotzdem bin ich mir gar nicht sicher, ob es mir besser gefällt dann als das Faker-To-Back. Das muss ich jetzt irgendwie auch sagen, ja. Von den Figuren her, was man natürlich sofort sieht. Ich versuche hier nur ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen. Mein Haar-Tag ist nicht ganz so toll bemalt im Gesicht, in der Iteria-Variante. Er gefällt mir besser als auf den Fotos. Aber irgendwie schaut er auch in echt billig aus, würde ich behaupten. Okay. Ist halt so. Dann Chris Lor. Den haben wir ja noch nicht bei den Origins bekommen. Mit Blackface. Na, das darf man ja nicht mehr sagen. Wie heißt der jetzt? Darkface, Chris Lor. Und mit echtem Pelz. Also hier unter diesen Lücken, unter dem Plastik, können also dann die Motten einfallen. Und sich bei meinem armen Chris Lor in den Pelz setzen, im schlimmsten Fall. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Und ich weiß auch nicht, warum er so bergab schaut. Also irgendwie Kamerascheu. Kamerascheu. Im Vergleich zu den anderen. Ähm, sind wir gespannt auf den regulären Chris Lor tatsächlich. Ähm, äh, einige dachten ja, wie wir die ersten Fotos sehen, dass der Pelz ist doch aus Plastik. Aber nein, also man kann sich ja nochmal überzeugen, es ist, äh, aus, aus, aus Fur, wenn man so möchte. Ja, und dann kommen wir zu den Repaints als Anlehnung an die Eternia-Toyline. Das ging völlig an mir vorbei damals, ähm, nämlich die Horde Trooper in zwei lustigen Farben. Nämlich in Rot und in Schwarz. Falls ja jemand, äh, kein Video sieht oder nur vielleicht sich das per Audio anhören sollte. Ja, das sind also tatsächlich die, äh, lustigen, äh, vier Gesellen der Horde zu einem nicht ganz, ähm, günstigen Preis. Äh, äh, und, puh, muss man schauen. Ja, also die Idee, die Idee ist sicherlich nicht schlecht. Ähm, ich hätte mir vielleicht doch ein bisschen mehr gewünscht als pure Repaints oder so. Auch wenn sie noch nicht regulär gekommen sind, die, ähm, die meisten der, der vier Figuren. Ich meine, schlecht ist das Set nicht. Es ist halt auch nicht besonders günstig. Das heißt, man muss sich halt schon die Frage stellen, ist es einem das wert? Ähm, mir war es das offensichtlich, ähm, bis zum Auspacken. Nein, ich will ja gar nicht motzen. Ähm, ich mag die Origins-Line, auch wenn ich lieber die Classics hätte und die Classics weiter sammeln würde. Aber sie machen auch viel richtig und ich wünsche den Origins tatsächlich schon aus Eigennutz, ähm, ein langes Leben und bin gespannt, was da noch so kommt. Ich freue mich hier über jede Figur, die so noch nicht erschienen ist. Insofern trifft es ja hier eigentlich streng genommen auf drei Figuren mindestens zu. Ja, und mehr kommt. Am meisten freue ich mich, ob das Mysterious of Greyskulls Set aufgrund des Astronauten und des Geist von Castle Greyskulls Minicomic, sozusagen analog den Minicomics, ähm, den man einfach auf das Schloss stellen kann. Ihr wisst schon, was ich meine, ja. Aber gut, bevor ich hier weiter noch herum stottere, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habtet frohe Weihnachten gefeiert und hattet ein schönes Fest und das Christkind war brav. Sollten wir uns nicht mehr hören oder ihr mich hören, wünsche ich euch jetzt schon einen guten Rutsch für das neue Jahr und ein erfolgreiches 2022. Ich glaube aber, ich werde es noch schaffen, das ein oder andere Video hochzuladen bis zum Jahresende. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und sammelt weiter. Tschüss!